Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systerea. In der letzten Folge haben wir die Feuerprüfung abgeschlossen. Wir haben wegen dem Salamander-Camp, welcher sich als Axio herausgestellt hat. Ich merke jetzt gerade, er ist der typischste Axio und er heißt Axio. Und ja, wir haben für unsere Feuerarmatisierung eine mystische Art bekommen, eine Kugel, mit der wir mehr AP bekommen haben und so weiter und so fort. Es geht aufwärts. Halt bei den Stoß und Zeigen von 4 oder mehr. Werden wir nach Combo auslösen. Okay, cool. Wird hier nochmal angezeigt. So, okay. Ich konnte vorher nicht untersunken. Wahrscheinlich. Weil, da hat man noch keine mystische Art. Als... ...Armatisierung. Und jetzt scheint es nichts mehr zu geben, dann gehen wir nach Hause. Ich weiß nicht, ich plane den letzten Part in zwei Parts zu schneiden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Warte mal. Okay. Warte mal. Okay. Ich dachte... Gucken, wie ich das gemacht habe. Hätte ich das schon gesehen haben. So, raus hier. Ja. Ach, ich kann reisen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Als Dorf. Wenn wir einen normalen Weg natürlich... Und ich habe irgendwie einen Gegenstand bekommen, habe ich im Mittag gesehen, indem wir stärkere Domänen... Was machen Sie jetzt hier? Ne. Wenn wir stärkere Domänen widerstehen können. Also, wir können jetzt zum Beispiel durch diese Bucke gehen. Danke. Ähm. Aber hier hoch, ne? Wollt ihr? Na? Jetzt raus aus diesem Ort hier. Die Lüge ist viel zu laut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit schreien. Mit bei ihr. Wenn man mich hören kann. So, raus hier. Und... Ab. Nach. Weil es eigentlich unten am Speichelpunkt gibt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht, ne? Hm. Okay. Dann müsste an dem Speichelpunkt, glaube ich, auch uns gezeigt sein. Die sind alle irgendwie miteinander verbunden. Ja. Dann... Überbringen wir die freudige Nachricht. Vielleicht hier niemanden interessiert. Was geht ab? Ja, ich bin der Durchschnitt. Ja, ich bin der Durchschnitt. Ich bin der Durchschnitt. Sie sind Dezis, aber ich habe nicht gesagt, dass es nicht die Verantwortung zu tun ist. Es war ein weiteres Interesse. Ein weiteres Interesse. Was ist das? Ich bin der Durchschnitt. Es war nicht zu sein. Ich habe mich nicht gesagt, aber... Es ist schwer, dass man sich auf dem Schraif. Es ist schwierig. Ich weiß, dass man sich selbst irgendwie daran wissen, Aber es kann man sich selbst nicht verstehen. da ist jetzt natürlich da hoch ist niemand da ich habe es richtig getan glaube ich zumindest wenn diese zimmer nicht zurücklassen ja ich muss noch mal diesen schmelz der bosheit machen mit leo war natürlich nicht der ist zu stark um sie um sie überhaupt hin jetzt sehr genau sehr jetzt dann speichern wir nehmen ein speichern als transportmittel aber wir gehen jetzt mal das gasthaus da ist auch ein speichpunkt stimmt zwei fliegen mit einer klappe wie geht es im pin drago vor sich aber es geht im pin drago vor sich der hunde flüstere oh gott viele in started heute um da du 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 ich hab das geld jetzt kommt natürlich keins genau wenn ich auf screen trainieren weil wir hören mich dann heilen will am gasthaus training nicht so anstrengend wird dann geht es wahrscheinlich wieder nicht da kommen wieder eine millionen skips nach dem trago kann ich nicht mal wo war noch mal gut frage ich muss mal kurz hier dann irgendwo vor pender aber ja mein schmerzt ihn erstmal obwohl ich könnte jetzt auch bei brücke gehen plan erlogen der bursaal kann das sutra guck mal ob wir jetzt darüber kommen immer noch was jetzt finde ich in gegessen ja ich mache es doch schon irgendwie neugierig was da ist auch schon wie wir es dann ja mit wiese ist triumph ist ja wenn ich jetzt müsste ich glaube südlich das hat mich zum fels sagt man ja auch pola war hier das auf der Kursjärn mara bewegungser wird was war Ach, das ist das Gebiet. Boah. Boah, merke ich das jetzt erst, das ist ja das Gebiet gewesen. Boah. Ähm, ja, hier war Heldalf, ne? Oh, bin ich bescheuert. Okay, dann gehen wir... Boah. Ja, der war, ja, sehr gut. Herr Rago, dann kommen wir mal und machen die Kardinälen fertig. Mal schauen. Ich würde trotzdem noch gerne frei über die Welt laufen können. Hier sind immer noch böse. Oh, man. Oh, man. Ja, ich schweige es. Oh, das ist doch noch, was ich? Ich habe gerade versucht, die Kardinälen zur Kuh-Kau-Ki-Siehre, und nachdem der Kuh-Kau-Ki-Siehre. Das ist doch auch ein paar Jäte, und bei der Hand auf der Kuh-Kau-Ki-Siehre. Ich habe auch eine Frau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau. Die Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau. Das war auch ein Zeitpunkt. ich war gerade auf zimmer mal wieder unsere hirten kampfmann wir sind der echte aber es gibt es mäßig holen kartoffeln ja schon mal gäste glaube ich wir haben hier das ist das ist es ist aber wie die 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 du Oh. Nein, nein, nein! Wenn ein Mädchen zu vergessen hat, dann wird es wieder zurückgehen! In der Welt, in der Welt, in der Welt, in der Welt! Dann können Sie welche gekauft werden? Das ist eine zweite Arbeit! Ich weiß nicht, dass die Welt der Welt nicht wissen. Was? Es ist nicht nur ein Fahrzeug. Sie sind plötzlich verabschiedet. Ja, Lairo? Der Zeit... naja hat jemand ein paar süßigkeiten verleiht zum aufbaut an ich habe insgeheim gehofft wir kriegen ja neue klamotten aber okay wenn unsere serafen man geht es noch an kostümen ritterturm mit natur doch wahrscheinlich warum falsch war wird er auch alles irgendwo in der ich irre krisen abgewendet diesmal wird das nicht so langer part außer ich habe den letzten part geschnitten warum sind alles player schon irgendwie zehn parts irgendwie weiter polizien parts weniger haben als ich verstehe das nicht so lange spielte auch nicht oder oder bin ich echt so beschissen wagen joku büschi der südkirchen hat sie dann noch toll was soll das hat ich kacke wassakio do to do ita kann Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich bin bereits in der Kürbisprache, und ich bin auch in der Kürbisprache. Ich bin schon in der Kürbisprache, und ich bin auch in der Kürbisprache. Ich bin schon hier, dass ich mit Kürbisprache kämpfe. Herr Kürbisprache, Sie? Das ist das, was ich alle, die ich nicht sagen muss. Das stimmt. Ich bin nicht sicher, dass ich diese Leute zurückgekommen. Ich bin mir sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Ich bin der Fall, dass ich mich beiz nuestros Wunschung nicht mehr信じt. Das heißt, dass wir mit den Wunschung mit dem Wunschung geschenkt haben. Die Frage ist, dass wir den Wunschung ansehen können. Das heißt, dass wir die Wunschung des Wunschung nicht wissen können. Oh, ich wollte es. Das heißt, ob wir der Wunschung anstellen, dass wir die Wunschung nicht mehr haben. Aber ich will auch nur noch einen Schmerz aufschauen. Das heißt, dass es an den Wunschung ansehen, was wir die Wunschung ansehen. das war wie soll die direkt suchen okay wir müssen uns umhören und so fragen immer Oh mein, Obelding, vielleicht ist es da richtig. Quartes Zeug, jawohl. Böhr, immer alles Böhr, hier geht ein ganzer Spiegel so um Böhr, ey. Lass die Böhr nicht allein tragen, sorry. Lässt mir ein bisschen zu viel um Böhr, wenn ich ernst bin. Ja, ich habe ganz viel, ich benutze sie mal irgendwann. Irgendwann. Und ich habe keine Ahnung, wo ich sagen könnte, was meine Kirche. Ich bin auch blöd, ne? Eine Kirche ist wieder wahrscheinlich. Ja, fahr mal zwei, was die Kirche. Ja, ja, da war so, okay. Irgendwann hat der untere linke Teil von dem Ding nicht so, habe ich vollkommen ignoriert, so ausgeblendet auf der Karte. Tut mich leid. Ja, ich tue mal die Titel wechseln, falls es zu einem Kampf kommt. Damit wir auch die richtigen aufleveln. Obwohl, einige haben wir auch nicht auf Maximum. Sie hat auf Maximum. Er hat auf Maximum. Und es hat sich irgendwie einen Kampf hier so kommen und wir leveln ja nichts ab. Titelmäßig. Das wäre ja eine Schande. Ja, ich mal hier irgendwann ein Flösschen. Also letztens auch nicht so viel gemacht, gegen den letzten Boss, aber was soll's. Ah. Was? Diesel muss darüber lachen. Ehrlich? Oh Gott, Diesel hat über den Witz gelacht. Konnte ich nicht mehr einkriegen. Hier ist ein Speicherpunkt. Hey. Mir egal, hier vorne ist auch was. Heiligen Entschuldigung. Und dann kennt er Ava-Tazurk. Der Witz gelacht. ... Das war's für ein Wettbewerb. Ja, das ist alles, was sie für sie unterstützt. Wenn man so weit geht, dann ist es schon ein Gott. Ich habe keine Erfahrung, aber... Ich glaube, das ist das auch so. Ich glaube, das ist alles für sie. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Ach, das ist so awesome. Durch Kontinente spalten und Bäre versetzen, wortwörtlich. Was ist falsch? Ich will meinen eigenen Kontinent haben. Also gibt es eine Verbindung zwischen Daniro und Land oder Reich oder so zu machen, aber mir fällt jetzt ein. Und wahrscheinlich kommt jetzt kein Boss, ne? Wäre auch so schön. Das sieht nach einer Dungeon aus. Und das ist eine Kugel. Roter Irestein. Und zwar. Der Junge hätte erzählt Leila, dass sie sich trennen müssen und macht sich allein auf die Suche nach einem bestimmten Schreien. Was? Das war ja Leila. Das war ja Leila. Das war ja Leila. Und das war ja Leila. Das war ja Leila. Das war ja Leila. Das war ja Leila. krähte seele kleine rote tafel mit einem feuer so wie die hier das ist eine konstruierte öffnen ich sehe schon mit der erinnerung können die dorn sein durch das herz durch woanders schmerz kann auch ein grund sein weiterzumachen cool durch extra links genommen rezept und zu essen meine ich und das hat die nächste war jetzt kann was kommt wenn wir mal zurück speichern war und wenn die part wenn wir der nächsten folge mal erkunden was da so ich glaube ich alle zuschauer sagt so lässt folge